Ja, die Gelben Westen hatten Recht, also es ist nicht Sache der Arbeiterinnen, die Folgen der Umweltkrise zu zahlen, für die die Kapitalisten verantwortlich sind. Und ich denke, diese Bewegung war auch sehr wichtig und auch die Streiks an den Erdöl-Raffinerien und Aktivistinnen aus der Öko-Bewegung, die genau diesen Streiks unterstützt werden. Denn sie schließen Raffinerien in Frankreich, aber um größere Raffinerien woanders zu bilden. Also Arbeiterinnen werden ihre Jobs verlieren, aber die Klima wird nicht besser gehen. Das ist auch klar. Also es war auch wichtig für mich, als Mitglied von Revolution Permanence, der Schwesterorganisation von Rio in Frankreich, hier zu sein und ein paar Worte an euch zu richten. Denn unter all den imperialistischen Mächten, die auf dem G7-Gipfel vertreten sind, Frankreich ist nicht die Keinste. Es war eine der gewendigsten Kolonialmächte überhaupt. Und es hat immer noch einen Fuß auf allen Meeren und Kontinenten. Am 5. Juli wird der 60. Jahrestag der Unabhängigkeit Algeriens gefeiert, die in einem Krieg erkannt wurde, den Frankreich nur sehr langsam als solchen anerkannt hat. Im Herzen von Paris trägt eine große Avenue noch immer den Namen von General Bugeau, der 1845 den Befehl gab, die in Höllen geflüchteten algerischen Zivilisten auszurauchen. Derselbe Mann, der General Bugeau, der im Februar 1848 an die Spitze der Armee gesteckt wurde, war bereit, die Pariser Aufständischen zu erschießen, wenn er nicht von der Nationalgarde daran geändert worden wäre. Die Unterdrückung der sozialen Revolten und der Kämpfe der unterdrückten Völker war immer Teil der Polizei. Es war der Präfekt Paton, einer der Organisatoren des Völkermords an der Juden in Frankreich für die Vichy-Regierung, die mit dem deutschen Faschismus zusammenarbeitete, der später für die Unterdrückung der algerischen Befreiungsfront FLN zuständig war und der für den Massaker vom 17. Oktober 1961 verantwortlich war, bei den zwischen 100 und 200 Algerier von der Polizei in Paris getötet wurden. 1961, nicht so lange. Die Polizei tötet immer noch in den Arbeiterfiltern. Und das Komitee Gerechtigkeit und Wahrheit für Adama, der 2016 von der Polizei ermordet wurde, ist in Frankreich ein Echo der Black Lives Matter Bewegung. Die Komitee für Adama hat die größte Demonstration während der Corona-Zeit organisiert mit fast hunderttausenden jungen Menschen in den Straßen von Paris im Juni, also Juli 2020. Die französische Polizei verstümmelt, verhaftet wirkürlich Demonstrantinnen, die die ehrschädende Ordnung infrage stellen und insbesondere die Gelbwesten. Und Richter verurteilen Demonstranten zu langen Heftstrafen. Also, wir werden auch später über den Fall von der Genosse Jean-Marc Rouillon reden. Er war ein Aktivist der 70er Jahre und er saß 28 Jahre im Gefängnis, während viele Menschen, die im Gefängnis sein sollten, immer frei sind. Aber er hat noch Probleme mit der Justiz und er braucht noch Unterstützung, weil er riskiert, kann man das sagen, er riskiert nochmal im Gefängnis zu gehen. Die französische Armee war auch in jüngster Zeit für Übergriffe auf Zivilisten in Mali verantwortlich, die von den Vereinten Nationen angeprangert, aber nie wirklich anerkannt wurden. Frankreich, wo noch immer die Banknoten seiner ehemaligen Kolonien in West- und Zentralafriken gedruckt wurden, gedruckt werden, tut mir leid, musste Mali in diesem Jahr genauso überstützt verlassen, wie die Vereinigten Staaten in Afghanistan. Macrons Frankreich hat mit seiner Kolonialgeschichte noch nicht abgeschlossen, und verfügt mit seiner Inselkette auf allen Kontinenten immer noch über eine der größten ausschließlichen Wirtschaftszonen und gibt vor, sich für den Umweltschutz einzusetzen, obwohl Frankreich bis in den 90er Jahre Atomtests im Pazifik durchgeführt hat. Macrons Frankreich ist nicht nur eine imperialistische Macht, die auf zahlreichen Kriegsschauplätzen präsent ist, sondern auch eine Atommacht, die einzige Atommacht in der Europäischen Union seit dem Ausscheiden Großbritanniens. Und Frankreich stellt damit eine Bedrohung für die gesamte Menschheit dar, für die ganze Menschheit dar. Macrons Frankreich behauptet, das Land der Menschenrechte zu sagen. Aber um die Revolutionärin und Feministin Hollande de Gauche zu paraphrasieren, muss man sagen, dass es vor allem das Land der Männerrechte ist. Da Frankreich den Frauen erst 1944 das Wahlrecht zugestanden hat und heute in der neuen Regierung gibt es mehrere Minister, die der Vergewaltigung oder des sexuellen Missbrauchs beschuldigt werden und die immer noch in der Regierung sind. Macrons Frankreich ist eigentlich besonders das Land des weißen Mannes. Man muss sich nur ansehen, wie Geflüchtete aus der Ukraine behandelt werden, die das Pech haben, nicht weiß zu sein oder keine ukrainische Identitätskarte zu haben und die aufgefordert werden, das französische Territorium zu verlassen. Wo man auch hinschaut, es gibt nichts nach zu holen und im Gegensatz zu dem, was Mélenchon glaubt, kann es keine gute internationale Politik Frankreich geben, solange es ein imperialistisches Land und ein Atommacht bleibt. Solange es ein Land bleibt, das Kriegswaffen produziert und exportiert. Mélenchon ist gegen die NATO, aber er will den imperialistischen Charakter des französischen Staates nicht infrage stellen. Wenn er an die Macht wäre, würde Frankreich ein unabhängiger imperialistischer Staat bleiben. Die derzeitigen Institutionen sind übrigens in keiner Weise demokratisch und unser Präsidentialsystem ähnelt eine Wahlmonarchie. Es ist eine Illusion zu glauben, wie es Mélenchon immer wieder betont, dass ein Wahlzettel alles ändern könnte. Was ist das größte Versprechen von Mélenchon? Er wiederholt gerne, dass er uns Demonstrationsstunden entsparen will. Warum? Weil seine Strategie einzig und allein auf Wahlen beruht, mit allen Kompromissen, die das mit sich bringt. Um mit den extremen Rechten zu konkurrieren, zögert er übrigens nicht, patriotistische Rede zu halten, wo die Marseillaise, die militaristische Nationalhymne, wird in seinen Versammlungen gesungen. Ich verstehe, dass das neue Linksbündnis hinter Mélenchon die Hoffnung entwecken kann, insbesondere in Deutschland, da sich die Linke in einer historischen Krise befindet. Mélenchon wollte Chef der Regierung sein, aber er ist gescheitert. Was zu tun jetzt? Sondern wir weitere fünf Jahre warten und hoffen, dass sich unser Leben verändert. Wenn er die Wahl gewinnt, haben wir bereits fünf Jahre Zeit, um auf die Herausforderung des Klimawandels zu reagieren. Können wir angesichts der derartigen Inflation noch fünf Jahre durchhalten? Ich glaube nicht. Dann sind wir einig, dass wir uns sowohl in Frankreich als auch in Deutschland auf soziale Mobilisierungen vorbereiten müssen. Es wäre falsch zu glauben, dass die Franzosen, weil sie französische Arbeiterinnen sind und weil sie einen König mal getötet haben, dass die Franzosen, weil sie Franzose sind, eher zu Mobilisierungen nagen würden als die deutschen Arbeiterinnen. Die Geschichte des 20. Jahrhunderts zeigt das Gegenteil. Und im Moment sind es die Affenarbeiter in Deutschland, die mit gutem Beispiel vorangehen. Gegen die Inflation fordern sie eine 14% Lohnerhöhung. Was macht die Linke, um ihnen zu helfen? Konkret, welche Strategie folgen die Führungen der mächtigen deutschen Gewerkschaften angesichts der Inflation? Jeder weiß doch, welche Gefahren die Inflation mit sich bringt. Die deutsche Geschichte erinnert uns das jeden Tag. Selbst wenn Mélenchon in der Regierung wäre, was könnte er konkret tun? Ist es nicht etwas zu einfach, zu glauben, dass er sein reformistisches Programm ohne Hindernisse umsetzen könnte? Die letzten Regierungen der Linksunion haben seit den 80ern Jahren die neoliberale Politik nie geändert. Schlimmer noch, sie haben einen großen Teil dazu beigetragen. Die Frage ist nicht nur, übrigens, dass wir radikalere Forderungen stellen als Mélenchon und seine neue Linksunion, sondern vor allem, dass wir wissen, wo ein echter Wandel stattfinden kann. Und das wird wahrscheinlich nicht in der Versammlung sein und auch nicht im Bundestag leider. Das heißt natürlich nicht, dass man die Wahlen nicht nutzen sollte. Wir haben uns mit Revolution Permanente in den Kampf um die Kandidatur unseres Genossen Anas Kassib gestürzt, der weichen Stelle bei der Eisenbahngesellschaft SNCF ist und eine Figur aus den letzten heißen Momenten des Klassenkampfes in Frankreich ist. Diese Kampagne war eine große Anstrengung. Monatelang waren Genossinnen auf den Straßen Frankreich unterwegs, um Bürgermeister kleiner Gemeinden davon zu überzeugen, ihre Patentschaft für Anas Kassib, den ersten Kandidaten, mit nordafrikanischem Migrationshintergrund zu übernehmen. Ja, man muss die Patentschaft von 500 Bürgermeistern haben, um kandidieren zu dürfen. Antidemokratische Hindernisse und Druck von verschiedenen Seiten führten jedoch dazu, dass es uns nicht möglich war, an den Start zu gehen. Und ja, also hier ist es eine Versammlung, weil Anas Kassib wurde von der Polizei verhört, nach einer Veranstaltung, die wir an der Sorbonne organisiert haben. Also es war lang her, dass es keine Versammlung vor der Sorbonne gab und natürlich wurde er von der Polizei verhört, weil er ein Revolutionärkandidat war. Und auch vielleicht, weil er ein Muslimer war. Also, diese gescheiterte Kampagne war aber kein Misserfolg, ganz im Gegenteil. Sie ermöglichte es uns, als unabhängige Bewegung zu wachsen und eine Reihe von Kundebundern in vielen Städten Frankreich in vielen Städten Frankreich zu organisieren, bei denen zahlreiche jugendliche Aktivisten aus Unternehmen der LGBTQI plus Bewegung und aus der Arbeit und aus den Arbeiten vierten entwesend waren. Ende Mai und Anfang Juni nahmen über 300 Aktivistinnen aus ganz Frankreich an der Nationalen Konferenz von Revolution permanent teil, auf der ein Aufruf zur Gründung einer revolutionären Organisation verabschiedet wurde. Während die Führung der neuen antikapitalistischen Partei, die NPA, aus der wir im Juni 2021 ausgetreten sind, sich immer mehr der neuen Pseudo-Volksfront hinter Mélenchon zuwendet, setzt unser Aufruf darauf, dass ein revolutionäres Projekt in Frankreich, vor allem bei der Jugend und in den Arbeitervierteln, wirklich Anklang finden kann. Und die Zeit drängt. Marine Le Pen's extrem rechte Rassemblement National hat ein Rekordsaal von 17 internationalen Versammlungen erhungen. 89 Sitze. Diese Partei der nationalen Verzweiflung ist eine echte Gefahr und erobert die Stimmen eines Teils der Arbeiterklasse, die durch jahrelange arbeitgeberfreundliche Politik, niedrige Löhne, Unsicherheit und Arbeitslosigkeit verwirrt ist und die glaubt, in Ausländern oder Muslimen die Verantwortlichen für ihr Unglück zu finden. Der dumpfen Wut, die den Boden für Rassemblement National bildet, muss einer Wut entgegengesetzt werden. Eine positive Wut. Die Wut der sozialen Bewegungen, die Wut der sozialen Mobilisierungen, die in den fünf Jahren, die sich bereich, eragnisreich, ankündigen und weigerlich auftreten werden. Die antiimperialistische Mobilisierung ist unsere beste Antwort auf die Partei der nationalen Verzweiflung und auch den Makronismus, der die Rassemblement National noch gestärkt hat. Also zum Schluss, Nieder mit dem G7-Gifffel, Solidarität mit den Geflüchteten aus der Ukraine und der ganzen Welt, Solidarität mit den unterdrückten Völkern, kein Cent für den Krieg. Wir übergehen zum nächsten Grußwort, was aus dem spanischen Staat kommt, von Luciani Stahl, von der CRT. Ich habe es vergessen. genau, von der corriente de los Trauchers Revolucionarios, die Strömung der revolutionären Arbeiterinnen. Und da geht es eben, wie ich vorhin schon sagte, vor allem um den NATO-Gipfel, der nächste Woche nach dem G7-Gipfel ansteht. El 29 y el 30 de Junio va a tener lugar aquí en Madrid la Cumbre de la OTAN, la mayor Alianza Imperialista del Mundo, con un operativo policial enorme van a desplazarse 10.000 policías hasta la capital. Todo esto sucede en el marco de un imperialismo que viene totalmente revitalizado por la guerra de Ucrania. En esta cumbre se prepara una ofensiva imperialista que pasa por un rearme sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial con un aumento del presupuesto militar de los Estados miembros que ya sabéis que está liderando Alemania. Van a renovar también el concepto estratégico de la Alianza, lo que ocurre cada 10 años, que estará marcado por este antagonismo creciente con China y también, por supuesto, por el enfrentamiento abierto con Rusia. También se va a hablar de la posible entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN, lo cual supondría un aumento de la frontera con Rusia que, por supuesto, daría lugar a posibles escaladas de los conflictos en la zona. También se va a hablar de un plan para blindar el suministro energético de sus miembros, un suministro basado en energías fósiles porque ya no fingen que son ecologistas con ese plan verde, sino que, bueno, ya no les importa, parece, la crisis climática. Por otra parte, se va a hablar de reforzar el norte de África, algo que aquí defiende especialmente el presidente del Estado español, Pedro Sánchez. Hablan de terrorismo y cosas así, pero en el marco de hambrunas que ya están teniendo lugar en África, lo que quieren es protegerse de la migración para poder asegurar los negocios y el espolio sin importarles, bueno, que mueran millones de africanos por estas hambrunas de las que hablamos. Por su parte, el gobierno que aquí se autodenomina progresista, conformado por el PSOE y los neoreformistas de Unidas Podemos, van a acoger la cumbre, pero además van a subir también el presupuesto militar, 3.000 millones de euros de momento, se han sumado a limpia de armas a Ucrania y además están preparando esa ofensiva por el norte de África, bueno, con la traición al pueblo saharaui. Quieren además que se contemple la migración como lo que han denominado una amenaza híbrida. Luego se sorprenden de que suba a la extrema derecha, pero están aplicando políticas de extrema derecha. Por todo esto estamos organizando una movilización aquí en Madrid para el 26 contra la OTAN, denunciando por supuesto la propia OTAN, pero también exigiendo la retirada de las tropas rusas de Ucrania, porque ni Putin ni OTAN son una salida para el pueblo ucraniano y también por supuesto denunciando a este gobierno imperialista, aunque se llame progresista porque ya nadie se lo cree. Hay además un sector del gobierno, el de Unidas Podemos, el Partido Comunista, Podemos, Izquierda Unida, que pretenden lavarse la cara viniendo a la movilización a la vez que forman parte del gobierno imperialista e incluso plantean participar en la cumbre. Hace tiempo que Unidas Podemos está totalmente integrada en este régimen monárquico imperialista español. Esto es una muestra más, pero es una muestra muy importante porque están aceptando las premisas de la mayor alianza imperialista del mundo, cuya relación con el Estado español por cierto tiene que ver con el pasado franquista. Bueno, esto deja muy claro que hace falta una alternativa que no es esa que dice que la alternativa es una agenda propia de la Unión Europea que es también imperialista y un ejército propio. Por eso planteamos que hay que salir a esta movilización y construirla, pero que también hay que construir una alternativa anticapitalista contraria al régimen profundamente antiimperialista que pelea por poner en pie en estos momentos un gran movimiento independiente en todos los países contra esta guerra, contra esta escala de imperialista, contra la nueva guerra comercial que viene y que no deposita ilusión en las vías diplomáticas con los mismos que nos han llevado a esta situación, en negociaciones entre los Estados capitalistas, en posibles alternativas que no son más que diferentes ajenas imperialistas que defienden los intereses de oligarquías y de capitalistas y que planteen una alternativa para salir de esta crisis que pone en el centro la lucha de clases y el acabar con este sistema de miseria que no hace más que generar explotación, crisis y guerras. Y bueno, en la construcción de esa alternativa estamos, de ese movimiento y de esa movilización y os deseamos mucha suerte haciendo lo mismo también desde Alemania. Aplausos In diesem Zusammenhang, wie die Genossin auch schon gesagt hat, versuchen wir auch in den unterschiedlichen Ländern sowohl gegen diesen Krieg zu mobilisieren, aber auch gegen unsere eigenen Regierungen, die vor allem auch diesen Militarismus sehr, sehr stark vorantreiben, um sich auf neue Konflikte und neue Interventionen vorzubereiten. Und da sehen wir auch, dass das unmittelbar mit Kosten für uns alle hierzulande letztlich ausgetragen wird und darauf würde jetzt Rojat eingehen.